Die WDN war für uns ein Game Changer. Das Feedback der Community, das Feedback von euch, war einfach nur atemberaubend. Die WDN in meinen Augen war eines der geilsten Events, die ich jemals besucht habe. Und jetzt wollen wir das Ganze mit dem gleichen Charme nur viel, viel größer bauen, damit alle teilhaben können an diesem tollen Event. Data Unplugged ist das nächste Level. Data Unplugged wird das Daten- und KI-Event in 2024. Wir veranstalten Data Unplugged gemeinsam mit Aya Jaff. Aya Jaff gehört zu den bekanntesten Frauen in der Tech-Branche. Es macht unfassbar viel Spaß, das mit Aya gemeinsam umzusetzen. Es gibt Spitzen-Content in Form von fachlichen Vorträgen und Keynotes, aber auch Comedy, Music-Acts, Panel-Diskussion, Masterclass. Ein sehr buntes, reichhaltiges Programm erwartet dich hier einen ganzen Tag und danach noch in die Nacht hinein eine atemberaubende Party. In der alten Germania Brauerei war die Kulisse einzigartig und absolut passend, aber einfach zu klein. Wir sind hier heute im Scaters Palace und wir machen hier auch Data Unplugged. Ihr könnt euch auf ein tolles Rahmenprogramm freuen. Es werden spannende Persönlichkeiten da sein, alles in dieser atemberaubenden Location. Ich freue mich gemeinsam mit euch das größte Daten- und KI-Event in 2024 zu feiern. 7. März 2024, Münster Skaters Palace. Komm zu Data Unplugged. 1. März 2020, Münster Skaters Palace. 1. März 2021, Münster Skaters,